200 Supermärkte in Berlin am Dienstag ohne Lebensmittel. In Deutschland haben sich die seit langem erwarteten Bauernproteste seit dem ersten Tag dramatisch zugespitzt, was zu einer spürbaren Eskalation der Situation geführt hat. Die Unterstützung für diese Proteste ist landesweit stark, mit Millionen von Menschen, die sich den Demonstrationen anschließen. Die Proteste, die sich gegen die gegenwärtige Ampelregierung richten, haben zu erheblichen Störungen im ganzen Land geführt. Sie haben wichtige Verkehrsknotenpunkte blockiert und das öffentliche Leben in vielen Bereichen lahmgelegt. Die ersten Auswirkungen dieser massiven Proteste sind bereits spürbar. Es wird berichtet, dass Supermärkte in Berlin mit leeren Regalen zu kämpfen haben, nachdem Traktorblockaden in Großbeeren-Brandenburg ein bedeutendes Güterverkehrszentrum lahmgelegt haben. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hat seine Verärgerung über die Blockaden zum Ausdruck gebracht. Weist jedoch darauf hin, dass die Proteste nicht vom Deutschen Bauernverband initiiert wurden, sondern von spontan gebildeten Gruppen. Die politische Reaktion auf die Proteste zeigt eine wachsende Besorgnis. So hat der Vizekanzler Robert Habeck in einer Rede von Umsturzgelüsten, rechtsextremen Umtrieben und einer Bedrohung für den demokratischen Staat gesprochen. Diese Aussagen spiegeln die zunehmende Anspannung und möglicherweise auch die Furcht der Regierung vor der weiteren Eskalation der Situation wider. Die Polizei hingegen hat die Proteste als diszipliniert und verantwortungsvoll gelobt, was im Gegensatz zu den Darstellungen einiger Medien steht. Diese haben versucht, die Proteste als rechtsextrem und gewalttätig darzustellen, um sie moralisch zu verurteilen. Jedoch widersprechen Polizeiquellen diesen Darstellungen, indem sie die Proteste als ordnungsgemäß und demokratisch einstufen. Die Eskalation dieser Proteste und die Reaktionen darauf lassen tiefgreifende Spannungen in der deutschen Gesellschaft erkennen. Die Bauernproteste, die ursprünglich auf Subventionsfragen fokussiert waren, haben sich zu einer breiteren Bewegung gegen die aktuelle Regierungspolitik entwickelt. Es geht nun um weit mehr als nur landwirtschaftliche Subventionen. Es geht um eine tiefgreifende Unzufriedenheit mit der derzeitigen politischen Führung des Landes. In den kommenden Tagen ist mit weiteren Streiks und Protesten zu rechnen. Die Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Demonstranten eine Veränderung der Regierungspolitik oder sogar einen Rücktritt der aktuellen Regierung anstreben. Die Situation bleibt angespannt und könnte sich weiter zuspitzen, da sowohl die Regierung als auch die Demonstranten entschlossen zu sein scheinen, ihren Standpunkt zu behaupten.